Bald sind wir endlich da. Ja, endlich. Mir tut schon der Arsch weh. Mir auch. Ihr beiden könnt auch nur jammern, oder? Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Jetzt fang nicht noch an, wie sie zu werden. Sonst kriege ich irgendwann wirklich noch Kopfschmerzen. Ach, Saki. Ist doch wahr. Stimmt's, Pete? Da ist wohl jemand nervös. Keine Angst. Was? Sie wird ihr schon nicht den Hals umdrehen. Ich denke, sie wird ihr in die Arme springen. Sie liebt dich doch. Ja, vielleicht liebt sie mich noch. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe wegen der Zeit, wo ich sie mit Adam allein gelassen habe. Ich habe Angst, dass sie nicht mehr mit ihm da ist. Doch viel mehr Angst habe ich, dass ich ihr unheimlich wehgetan habe. Meine Gefühle zu ihr und mein tiefes Verlangen, mich einfach in ihren Armen fallen zu lassen, haben ihr schon so oft das Leben gerettet. Du wirst dir niemals so nahe kommen. Hör bitte auf. Nochmals schlug Adam Pete direkt auf die Zwölf und brachte ihn dazu, zu Boden zu gehen. Na, wie fühlt es sich an? Es ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Ey Adam, bleib mal locker. Locker bleiben? Locker bleiben? Diesmal holte Adam aus und wollte gerade auf Pete zutreten. Da zog auch schon Saki und Quentin Adam von ihm weg. Vorsichtig richtete Pete sich auf und sah nun ziemlich sauer auf den ehemaligen Soldaten. Aber Pete erkannte noch was. Was ist passiert? Ist etwas mit Marissa? Nathan, das ist passiert. Schritte. Sie kamen näher. War es? Nein. Marissa schüttelte den Kopf. Sie hielt sich die Ohren zu. Und dann ein Schatten. Ich weiß, dir gefällt es. Unser Spiel. Wollen wir? Verschwinde! Marissa! Noch eher Pete ins Zimmer zurückrennen konnte, hielt auch schon Adam ihn auf. Pass auf, du kannst dich einfach reinplatzen. Sie ist nicht wirklich da. Es würde sie noch mehr in einen Schockzustand versetzen. Du vertraust mir doch. Dann tu es jetzt auch. Vorsichtig klopfte Adam an und öffnete dann die Zimmertür. Wie immer fand er Marissa in der gleichen Ecke hockend. Ja, dort hielt sie sich immer auf, wenn sie etwas aufgebracht war. Ganz langsam näherte sich Adam und gab Pete ein Handzeichen, dass er etwas zurückbleiben sollte. Hey, na du? Ich habe heute für dich einen ganz besonderen Besuch mitgebracht. Marissa? Besuch? 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 Aber niemand hat mir Bescheid gesagt. Niemand. Ich bin doch gar nicht schick angezogen. Was ist mit Lily? Ist sie der Besuch? Sie hatte sich doch verlaufen. Nein, es geht ihr gut. Sie liegt auf dem Bett. Aber schau hierher. Siehst du ihn? Marissa stand auf und hielt sich mit einer Hand an der Wand fest. Sie schaute zweimal hin. Es war ein schockierender Anblick. Marissa, das Mädchen, das Pete so sehr liebte, so verstört aufzufinden. Er wollte sie in den Arm nehmen. Doch? Nein, 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 nein. Sie wollte fliehen, glaubte nicht daran, wollte es einfach nicht sehen. Sie ging wieder zurück und versuchte Sicherheit in der Ecke zu finden. Er ist nicht da. Er ist nicht da. Ach, dass es aufhört. Ich will es nicht sehen. Bitte. In dem Moment war es Pete egal. Was er vorfand, brachten ihn unzählige Tränen ins Gesicht. Obwohl Adam ihn aufhalten wollte, drängte er sich an ihn vorbei und hockte sich gegenüber vor seiner Liebe. Ich bin es. Wirklich. Oh Gott, was hat er dir mal getan? Durch das schwarze Kleid, was Marissa trug, konnte man noch einige Narben erkennen. Auch ihre linke Hand, die eine Schiene trug, setzte ihn noch mehr ins Schaudern. Ich lasse euch alleine, okay? Danke. Keine Ruhe, Sandra. Als Adam den Raum verlassen hatte, versuchte Pete erneut, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Ganz sanft wollte er ihr über die Wange streicheln. Doch schaute sie dabei ganz verängstigt. Du bist es nicht. Tu es nicht. Ich will das nicht. Ich würde das niemals tun. Marissa, ich bin es wirklich. Ängstlich sah sie in seine Augen. Tränen fanden auch erneut einen Weg zu ihr. Du bist tot. Alle sind... Alle... Nein, wir sind alle hier. Ich bin zu dir zurückgekehrt. Erinnerst du dich an mein Versprechen? Niemals würde ich das Herz brechen. Ganz vorsichtig kam er immer näher und näher und berührte dabei ihre Hand. Kurz zitterte sie, doch dann ließ sie es zu. Mit der anderen Hand wischte er ihre Tränen weg und schenkte ihr einen Blick, der nur für sie bestimmt war. Ich liebe dich. Er kam wieder ein wenig näher und versuchte ihren Blicken, die versuchten ihn auszuweichen, immer wieder aufzufangen. Ganz fest nahm er sie nun in den Arm. Zuerst wehrte sich Marissa dagegen. Doch dann... Sie konnte ihn fühlen. Seinen Duft instinktiv einatmen. Seine Stimme. Oh ja, sie hatte diese so sehr vermisst gehabt. Es tut mir so leid. Ich will dir niemals, hörst du, niemals aufhören von deiner Seite zu weichen. Für immer. Voller Sehnsucht, die die beiden in den Augen hatten, gaben sie sich einen unvergesslichen Kuss hin. Hoffnung, sie ist das, was uns blieb, auch wenn wir sie manchmal versuchten zu verdrängen, so wollte sie aber nicht in Vergessenheit geraten. Hoffnung, sie ließ mich am Leben, etwas, was mich antrieb, ein Versprechen, was ich einst einer Frau geschenkt habe. Ohne Hoffnung wären wir nie so weit gekommen. Ohne dieses Gefühl, was uns zu unseren Taten verlangt, würden wir nur grundlos durch die Gegend rennen, Marionetten unserer selbst. Es wurde Zeit zu zeigen, wer wir waren und wer wir sind. Ob in der Liebe, im Kampf oder zwischen Leben und Tod, wir hoffen immer auf das Beste und dass wir es schaffen. Mein Gedanke? Wir werden egal, was kommen mag, überleben. Das tun wir doch immer, oder? Als Soldat versuchte ich immer das zu tun, was von mir verlangt wurde. Ich dachte niemals an Hoffnung. Jetzt wünschte ich mir, ich wäre bei einigen Entscheidungen anders gewesen. Doch letztendlich kann jeder sein Schicksal ändern. Es ist uns frei überlassen, trotzdem lasst sie in jedem von uns wohl. Jeder hat seine eigene Geschichte, eine Vergangenheit, die uns geformt hat, wie wir sind. Und ich musste auch erkennen, dass die Gegenwart wehtun kann, was sie mit sich bringt. Doch es gibt Hoffnung, und die sollte man nie verlieren. Wir sind eine Gruppe, ein Team, eine Familie. Wir sind die, die überlegt haben. Fortsetzung. Fortsetzung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020